hallo und herzlich willkommen zum nicht perfekten video aber mit dem outfit ihr seid dabei dann geht es uns gut und wir hoffen euch natürlich auch und wir stehen hier jeden sonntag wirklich seit jahren konsequent für euch vor der kamera ja der kameramann unsere models alle sind wir wirklich immer gern für euch da und wenn es euch natürlich gefällt lasst gerne ab oder das wäre natürlich wirklich richtig klasse wir überlegen uns ja auch wirklich jede woche menschen wir brauchen ein thema wir haben so viele dinge die wir euch zeigen müssen wir können natürlich nicht alles auf einmal in ein video packen das kommt es immer stück für stück und da ist natürlich immer mal für jemand eine andere zielgruppe was dabei aber wir versuchen das immer gut zu mischen und damit für jeden was dabei ist also heute haben wir uns natürlich auch überlegen was können wir an diesem schönen sonntag euch präsentieren und heute haben wir ganz viele sachen mit der bei frühjahrsmode die bis größe 48 auch geht tolle blusen also tolle farbigkeit super coole sachen ich finde es echt mega ich freue mich da schon wahnsinnig drauf also frühjahrsmode auch bis größe 48 seid gespannt und lehnt euch zurück und ihr könnt natürlich dann anrufen oder eine whatsapp schreiben eine e mail oder was natürlich auch sommer ist kommt vorbei auch wenn es ein bisschen weg ist aber da freuen wir uns auch ganz ganz besonders ja und wenn ihr dann unsicher seid bei der größe oder vom schnitt oder ihr wollt was anders eine ergänzung das ist gar kein problem das machen wir natürlich auch liebend gerne und so herausforderungen das tut uns immer ganz ganz gut also und dann würde ich sagen oder wenn ihr andere wünsche habt wo jetzt dazu das video nicht unbedingt betrifft einfach anrufen wir haben aber auch mode für männer da schicken wir auch gern männer pakete also auch gar kein problem und natürlich dürft ihr nicht vergessen und den termin notiert am 15 märz die hausmodenschau ja also ich habe genug geladen aber jetzt geht es los ja ich habe heute ein cooles outfit weil ich habe meine oberteile absolut abgestimmt heute auf meinen schönen moden sneaker und ich finde das richtig cool das gefällt mir ich finde auch die kopie lässt sich gerade das watermelon heißt die farbe ja in verbindung mit dem kaki also finde ich jetzt richtig klasse fügel also finde ich cool oder was sagen sie ja schön das ist also super bequem cool ihr seht wir sind gut gelaunt und hier meine super schöne jacke also ein tolles teil das ist wie so du kannst genau du hast es ja letztes mal die letzten male so super gemacht dem du dir versucht hast die materialien aufzufangen mit der kamera wir versuchen das natürlich immer so gut wie möglich für euch darzustellen also das fühlt sich jetzt ein bisschen mikrofaser ist so ganz leicht ja ein wunderschönes teil von opus schaut mal die nähte also richtig wunder wunderschön sieht richtig gut aus finde ich von 89 90 schicke ja also so jäckle einfach ein schöner blazer aussatz und was ich wunderschön finde ist die augenlänge ja die bringt uns so ein bisschen lässigkeit auch die streckt auch immer wenn es dann so ein bisschen hier wenn es schon hier aufhört dann sind sie insgesamt so ein bisschen größer gestreckt also sehr cool finde ich klasse und grad du kannst vielleicht das nochmal aufhören die schuhe von 19 1999 haben ja auch das kaki und den schöne farbton wo ich jetzt seit dem jäckchen anhabe ich finde es ergänzt sich ganz ganz wunderbar also mit zu meinen schönen satan ja ich komme also das ist auch so ein oversized teil das gibt es von xs bis xl also da passt auch wirklich in xl gut eine 46 48 rein weil das auch wirklich so überschnitten ist also ich finde es wirklich klasse sehr sehr schön auch mit dem tollen v ausschnitt die v ist cool oder ja und was ich auch guck mal hier kannst du auch noch auf so einen leichten glanzesicht ja das ist auch toll ja also richtig edel aber wir haben es ja jetzt sportlich runterbrochen aber wir können das natürlich ganz edel machen und auch in die teile die wir nachher zeigen da kommt auch so was edles noch das könnt ihr sportlich runterbrechen wie gesagt oder eben und hier ist das natürlich auch schön schau mal das asymmetrische es geht über poppels und das ist natürlich immer gut ja also ich trage jetzt hier das trage ich jetzt wenn ich mich jetzt in der videopräsentation auch einfach monofühle und ich finde das ist ganz wichtig auch unsere models die sollen sich alle wohlfühlen ich trage jetzt hier drunter noch das hautfarbene shape top ja wo wir da haben von 1999 das ist einfach super ich fühle mich da sicherer weil das jetzt für mich als typ hat es einen relativ großen ausschnitt das kommt ja immer darauf an die säge gebaut oben dann ist das wieder dann hebt sich das sozusagen auf und ich finde es halt gut wenn ich jetzt in der bewegung bin mir ist es angeht immer so dieses shirt satan shirt gibt es aber auch noch in schwarz ich finde da kommt es gleich ganz anders rüber ja mit dem goldenen ausschnitt auch schön also ein sehr sehr schönes shirt in verbindung mit meiner wundervollen bonavista ins knöcheln ja von 69 99 hey und leute die sitzt einfach lässig von xs bis xl da gibt es die und schaut mal jetzt super coole used effekte aber alle ganz also ganz super verarbeitet da braucht ihr keine angst haben dass da irgendwas bricht oder so die bleiben so also ich finde die ganz ganz toll die sitzt auch hinten am uberhut ja und zwar ist das die tumminess die ja ein bisschen schreibt hier auch in dem bereich sie hat hier den breiteren bunt das ist dann natürlich auch immer super angenehm die doppelte knopf reihe die länge finde ich schön könnt ihr natürlich auch sagen ich schlafe es um finde ich sieht auch gut aus oder ja auch lässig also jetzt sind sie ganz lässig unterwegs ja das habe ich jetzt glaube ich zehnmal gesagt also das war es von mir zum nächsten streich voll zu klein kann man sagen wir legen los mit der nicole die euch heute treten outfits zeigt also ablass und nicole oh la la hallo wow wow hallo ja klar hallo einen wunderschönen sonntag wir grüßen dich ja schön bis ja finde ich auch richtig also richtig toll Wir haben jetzt aber schon, Nicole und ich, haben jetzt schon gesagt, wir wissen, es ist früher, aber schwarz geht immer und es geht ja hier nach dem Style und hey, das sieht so cool aus. Ja, und so ein Saturnanzug, eigentlich, das ist eigentlich ja schon ein Mantel, ein Trench, ja, und es darf, es muss schwarz, lässig und ihr könnt drunter mit mir, ein richtig cooles blau, stahlblau, da arbeitet ihr drunter einfach mit einem Eyecatcher. Ja, super schön, oder? Also ich finde, du kannst natürlich auch zumachen und dann nur den Topf drunter ziehen. Ja, richtig. Also theoretisch würde ich da vielleicht nicht mehr gar nicht allzu viel drunter ziehen. Ja, genau. Also ich finde es richtig, richtig toll und das würde ich sofort... Ja, das passt auch, das bist du. Absolut. Ja, ja. Und es ist auch toll, satter und angenehm auf der Haut und kratzt nicht. Ja, nee, das ist sehr weich. Ja, das ist ganz weich, genau. Ganz weich, also hier von Sensi, wo es ja wirklich bis Größe 48 plus sogar gibt, ja, findet circa bei 40 an. Also ab S. Genau, ich habe jetzt glaube auch, also ob hier S an, auch in der Hose S. Genau, genau. Also Nicole trägt jetzt hier S, ja, also das finde mir richtig cool an, ist das Konzept. Also es ist halt auch ein dänisches Label und die Arbeiten halt, die sind manchmal ein bisschen crazy, ja. Auch in den Größen bis 48 dann und ich finde, gerade da braucht man doch sowas. Ja, weil im Altbagger ist man lange nur vor dem Klause. Ja, ihr könnt ja da auch eine Jeans denn dazu einziehen. Ja, klar. Also du könntest ja auch wirklich wunderbar variieren. Ja, die Hose mit der Jeans, Jacke oder gar den Trench mit der Jeans, Hose, Absolut. Alles, oder auch ein Kleid kannst du es anziehen, also alles. Ja, toll. Also wie gesagt, das sind ja hier nur Vorschläge. Ihr könnt es dann kombinieren, wie ihr möchtet, aber mit der Zeit zu holen. Ja, ja, gut. Genau. Ja, komm, jetzt haben wir einfach in eine schöne Täschel. Ja, das passt natürlich. Ja, könnt ihr nicht das verpassen. Richtig, richtig, also ein wunderschönes Täschchen. Ja, hier, ganz toll. Ja, 69,99. Ja, also echt sehr schön. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf. Pass auf, ja, das ist, kannst du mir helfen? Ja, das ist wahrscheinlich der Preis dazwischen. Der Preis ist heiß. Der Preis ist hart. Also wir lassen es zu, ihr wisst ja, wie eine Tasche von Ihnen aussieht. Richtig, oder ist auch noch ein Taschen, ein Schulterkopf. Gut, mit drin. Ja, also ein dünnerer, ein ungeflockterer. Genau. So, so viel halten wir das auch. Abgehakt. Haken. Ja. Und jetzt zu unserem wunderschönen Satin-Trench. Also wirklich, ich finde, das ist ein absolutes Highlight. Also, wir haben ihn jetzt halt hinten. Richtig, richtig. Wir können ihn auch mal aufmachen. Ja. Also dieses Teil von Sensi von 99,99. Genau. Finden wir auch gut. Also so. Also ihr seht ja, es ist total reichlich. Also, richtig. Der hat nur einen Kopf. Ja. Okay, pass auf, jetzt tue ich einfach mal so. Also, ich habe es jetzt natürlich nicht eingeguckt, wie das dann so aussehen würde. Ja. Aber da finde ich dann auch, also man kann natürlich jetzt, das hier die Satin-Hose, aber man kann jetzt hier auch, ich finde, eine engere Hose. Ja, dann zum Beispiel auch eine Beise. Ja, also richtig cool. Die sind toll. Ja. Jetzt zeigst du dir dein T-Shirt. Ja, wohl. Ja, also das hier auch von Sensi bis Größe 48. Für nur 29,99 finde ich echt auch der Knaller. Echt? Ja. 29 ist super. Ja, super. Ja. Genau. Ich habe es jetzt vorne ein bisschen reingesteckt. Richtig. Ja, und das kann man aber auch mit den Schnitten. Ne, cool. Also, die auch in der Farbe. Ja. Und für 29,99, hello, nimmt man beide. Ja. Sind die Nicole wieder. Ja, gut, das ist ja so. So sind wir halt, gell? Weil wenn man es nicht nimmt, regt man sich später auf. Hätte ich es nur genommen, so? Also, ich hätte es nur genommen, ja. Und dann ist es weg. Richtig. So ist es. Genau so ist es. Ja. Und wir haben jetzt natürlich Vollgas geben. In diesem Auslicht haben wir gesagt, hey, halte Sachen machen wir nicht. Wir gehen auch auf Saturn in der coolen Hose. Ey, gut, bist du so toll? Ja, die ist super, weil natürlich Gummizucht. Ja. Richtig. Also, sehr angenehm. Ja. Und, also ist hier ein bisschen auch ein Cargo-Schnitt. Ja, aber nicht auf. Nee. Also hat die Taschen auch unten und nicht hier seitlich oben nicht. Ja, wo sie noch ein bisschen richtig freier machen würden. Ja. Und ist unten ein wenig gepumpt. Ja, also. Also ihr seht da. Die ist... Oh, natürlich. Ja, man kann es sehen. Richtig. Ich habe es vorher noch gesucht und habe es nicht gefunden. So. Guck. Jetzt hält es ja nicht. Also. Ja, die Ware, die ist so... Die ist so frisch und neu. Ja. Also wir sind aber völlig... Wir haben gesagt, wir haben ganz frisch. Wir haben uns sogar... Ja. Wir decken immer wieder neue, tolle Highlights. Also ihr könnt die dann unten zusammenziehen. Und für 59,99 Euro finde ich gut, oder? Ja, echt gut. Ja. Also sehr, sehr lässiger Style. Ja. Toll. Und da könnte es ja variieren. Also jetzt im Laufe des Videos zeigt man ja auch noch verschiedene Oberteile. Und da könnte es ja wahrscheinlich... Richtig, wie gerade eine Zulussung. Genau. Würde ich schon sagen. Guck mal. Ja. Ah, ha. Gehen wir. Schade eigentlich. Ja. Das wird es gleich, gell? Ausziehen muss, aber... Kommt dann auch nicht alles an. Das nimmt sie dann heute in der Tüte. Hält sie doch. Also. So, bis gleich. Aber ich liebe auch das Outfit, weil das so frisch ist. Ja, aber es kommt Farbe in Stieb. Jetzt kommt Farbe. Jetzt bin ich total konträr zum ersten Outfit. Einfach nur Farbe bekennen. Richtig. Einfach zu uns bekennen und einen Outfit da lassen. Ja. Das ist ja sowieso. Ja. Richtig. Also, wer uns einmal anguckt hat. Ja. Der kann gar nicht anders. Der muss jedenfalls... Der kann man nicht mehr gucken. Auf jeden Fall. Also, mega cool finde ich. Dieses Overshare hier im Vollzessel von S bis XL. Ja. Also, ein richtig... Ich habe ein L. Echt. Also, das ist aber wirklich, das ist reichlich geschnitten. Sehr reichlich geschnitten. Aber ich finde, das ist ja auch das Wichtige. Auch keinem Overschwert. Ja. Aber auch das ist... Nicht, dass wir hier sagen, hey, Mode bis 48 und es fällt aus wie 42. Ja. Also, das können wir euch unterschreiben. So ist das hier nicht. Ja. Also, das fällt so aus. Auch, dass da eine 48 auch, sogar bei einer 46, dann gut reinpasst. Gut. Gell? Also, da lasst ihr euch von uns beraten. Kein Problem. Nicht so wie bei anderen. Ja. Richtig. Aber das ist doch... Aber das rustet doch. Ja, klar. Also, sie tun sich damit keinen Gefallen. Ja. Aber gut. Ja. Deswegen gibt es ja uns. Genau. Und wir bringen dann Freude in die Kabine und in die Rakete, weil es einfach passt. Und vielleicht die kleinere Größe. Juhu. Ja. Ja. Tschaka. Freuen Sie uns jetzt schon? Ja. Gern wie mal. Ja. Also, cool finde ich das auch. Und hinten, weil es einfach ein lässiger, super sportiver Overshirt-Schnitt hat von 99,99. Ich finde es richtig lässig. Ist eine ganz tolle Farbe. Ihr seht ja, Kort. Feinkort. Genau. Schön gemacht hier mit ein bisschen so Spielereien. Ja. Schöne Brusttaschen, die auch nicht auftragen. Richtig. Richtig. Also, ich finde, die ablenken. Genau. Also, ich finde, dass die dieser Schnitt sowieso nicht aufträgt. Finde ich auch. Also, echt gut. Habe ich schon den Preis gesagt, Kamera? Hat sie schon den Preis gesagt? Nicole? Jetzt wurde bald zu mir rüber gespielt. Ich glaube nicht. Ja. Sind wir uns einig. Dann läuft bei euch. Dann sag ihn einfach nochmal. 99. 99. 99 hast du, glaube ich, Zeit. Okay. Also, wir werden es rausbinden. Doppelt hält besser. Ja. Also, wunderschön. Ja. Auch zu unseren Blüschen, was wir drunter tragen von Sensi wieder. Ja. Also, hier haben wir wieder SML-Geschichte. Ja. Ziehen wir mal Jacken. Also, genau. Du musst näher rangehen. Hast du auch die Struktur der Jacke gut gefüllt? Ja. Ja. Hallo. Da haben wir Schiffin. Gut, gut, gut. Da lobe ich mir das. Also, was ich cool finde und gut cool. Ja. Also, diese Bündchen hier. So. Ich mag das ja. Ja. So mit Umbezug. Ja, richtig. Also. Genau. Da kommt nichts rein. Das ist alles da. Ja. Und man kann es theoretisch ja auch hochschocken. Richtig. Gell? Richtig. Also, finde ich auch. Also, echt durchdacht. Aber der flitte Schocken. Weil dann rutscht nämlich auch nichts mehr runter. Dann bleibt das nämlich so. Finde ich auch. Oder. Ja. Und auch das Viskoseblüschen, das könnt ihr waschen, aufhängen. Ja. Und dann ein bisschen klein nach waschen in Form ziehen. Und merkt auch das dann gar nicht. Ja. Oder was auch immer bei Viskose ein guter Tipp ist, wirklich, wenn ihr duscht, in den Dampf. Ja. Reinhängen. Schwennen reinhängen. Glattstreichen. Fertig ziehen. Glattstreichen. Wunderbar bückeln. Ist wahr. Ja. Also, diese Bluse jetzt für 54,99. Ja. Ich finde, ein absoluter Preisknaller. Und was mir besonders gut gefällt, geht es auch an dir, Nicole. Ja. Hier vorne. Ja. Also, klar, auch nicht nur die Schweißenswahl, aber sie kann Rücken ausstehen. Ja. Heute ist er vorne. Ja. Ausnahmsweise. Also, das finde ich richtig gut. Ja. Gefällt mir. Warum finde ich das gut? Weil mir das, ich finde, das ist so gleitsam. Das ist so, da fällt glatt nichts zur Seite oder so. Ja, das stimmt. Das ist nicht zu tief, aber wir haben trotzdem ein schöner Ausschnitt. Ja. Ist so rund und faul in Two-in-One. Ein guter. Also, ich finde das richtig schön gefällt. Ja. Ja. Was auch toll aussieht, wäre natürlich jetzt auch ein Jeans hergestellt. Ja. Ja, absolut. Absolut. Kann man ja auch. Natürlich spielen, wie ihr möchtet. Wir haben das jetzt, also die ganze Geschichte mit Overshörter-Bluse zu dieser weißen Red-Bank-Bank-Bank-Bank-Bank-Bank-Bank. Ja. Jetzt der Schnitt Jimmy von 69,99. Ah, super bequem. Ja, auch wieder der Knaller, weil, hallo, du bist Jimmy, ich bin blickdicht, sag ich. Genau. Absolut. Absolut, ja. Und bequem. Und auch hier wieder, finde ich, ein super guter Schnitt, ja. Da habt ihr jetzt auch nicht irgendwie der Gedanke, oh, trägt die auf, oder? Nee, die ist gut. Nee, die ist echt gut. Die sitzt echt toll. Sieht doch gut. Die ist schon beim Anziehen. Ja, richtig. Wenn man gut reinkommt in die Hose und nicht denkt, oh Gott, geht die jetzt nur. Uh, geht die da weiter, soll ich weitermachen? Auch das Fusstedt. Nee, was habe ich jetzt mal Größe? 42. 42. Die ist echt toll. Richtig, also da kann man gern die Nummer kleiner wählen. Ja. Auch bei der auf jeden Fall. Und in Verbindung wieder mit unserer Cray-Sneaker von Moden von 99,99. Ja, die passt halt immer. Ja, also echt perfekt. Echt gut. Und wenn wir natürlich noch eine schöne Blusen-Alternative haben, die zu erinnern weißen wo sie nicht passt, würde ich sagen, zieh die Bluse her, ich zieh mich vor oder hinter der Kamera um. Ich gehe kurz. Jetzt scheidest du. Jetzt wird es genau. Wir sind ja schon. Ja, hier ist sie wieder, Nicole. Ja. Ganz schnell, die bei der Kamera umzogen. Ja. Ja. Mit dem Kameramann. Richtig. Und aber, hey, die sind auch voll gut. Ja, auch tolle Farben, gell? Richtig coole, coole Farben. Und ist auch wieder so, ähm... Ist das auch wieder Viskose? Ja. Genau. Genau. Und die hat ja ein bisschen so ein, so ein Grinkel-Look, wenn ich mal, gell? So sieht man das? Ja. Also, genau. So 54,99 finde ich auch wieder super Preis. Cooler Schnitt. Sieht echt gut aus. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, passen beide natürlich super auch zu dieser weißen Größe. Richtig, genau. Hier wieder der Ausschnitt einfach durch. Ja. Ja. Echt gut. Wow. Die Farben finde ich ganz toll. Gefällt mir. Auch zu den Jeans jetzt wieder lässig. Du auch zu den dunklen Jeans. Du kannst sie ja zu diesem Rost anziehen. Also, äh, echt. Ja. Wir sind begeistert. Ein Allrounder. Ein Allrounder. Richtig. Also, wir haben noch ein finales Outfit. Schnitt sich Nicole noch mit Krasskreis gar nicht wahrst. Ich lasse mich genauso überraschen wie ihr. Richtig. Also, los geht's. Kommt sie wieder. Immer noch die gleiche. Richtig. Aber neu verpackt. Reloaded. Yes. Ja. Also, wunderschön. Diese Longjacke. Ja. Ja, mit der schönen Struktur. Ja, kann man das mal angucken. Ja. Siehst du die Struktur? Ja. Ja. Die ist dann noch so asymmetrisch angeordnet. Ja. Hier so, da so. Richtig. Kreuz und quer. Aber auch hier, ja, das ist schwarz, aber ein super Allrounder. Ja. Und da könnt ihr auch wieder hier mit den Farben spielen. Ist ja völlig problemlos. Also, gefällt mir auch gut. Und für nur 44,99 Euro, hallo? Ja. Toll. Toll ist knaller. Ja. Super bequem. Ja. Also wirklich. Fläsch. Das ist so, das ist so ein Wäschle. Die knüllst zusammen. Du packst in deine Tasche und sie kommt wieder so raus. Gingst gar nichts gewesen. Ja, und man muss nicht überlegen, oh, passt sie zu meinem Outfit, weil die passt. Ja. Die passt immer. Ganz problemlos. Sehr schön. Und ne, wirklich wieder eine wundervolle Viskose-Bluse. Ja. Auch für 44,99 Euro. Auch wieder prozentlich. Und auch wieder mit dem schönen Krag. Ja. Mit dem schönen Aufschnitt, genau. Also auch hier finde ich die Farbigkeit toll. Ja. Ja, Karki, so oder auch. Guck mal, da ist ja sogar noch, das sind ja schon dreifarbig. Ja, richtig. Es ist ja. Guck, kannst du mal einfangen. Schwarz. Was ist das so, so beige? Das ist so beige, rosé fast. Ja, ja, ja. Also echt schön. Sehr schön. Ja. Gefällt uns. Also auch hier, gell? Ja, und auch super spürst du gar nicht. Also da kannst du echt, da hast du bewegungsfreie Haltversen. Und auch hier haben wir wieder einen langen Arm, wieder mit dem Gummizug, wie Nicole das schon immer ganz toll euch zeigt, kann man das natürlich zu einem Dreiviertel Arm umdrehen dann. Ja. Ja. Und schon ab dem Dreiviertel Arm. Cool. Und in Verbindung zu unserer Tessie. Ja. Hier jetzt, also auch ja eine eurer Lieblingshosen, Lieblingsschnitte. Hören wir auf. Genau, die hat jetzt einen Reißverschluss an der Tasche, also sehr lässig. Sie ist ja so eine Relaxed Form. Ja. Ja, hier jetzt in der Jog-Qualität und auch hier in der starken, also in der Used-Waschung, aber ohne Löcher. Also es ist echt super aus. Und da haben wir ja oben den Denkpunkt. Ja. Auch noch mit dem Tunnelzug. 69,99. Und ihr wisst ja, die Red Button könnt ihr euch auch gerne auf unserer Homepage anschauen. Da sind die alle aufgeführt und gezeigt. Auch die Buena Vistas. Ja, ich hatte ja jetzt am Anfang eine Buena Vista an. Könnt ihr euch dort alles angucken. Auch die Chrissy-Cheats. Ja, genau. Komm herüber her. Ja, toll. Also die ist echt auch super. Genau, wenn man es umschlägt, dann machen wir so. Genau, ja. So laufe ich immer runter. Ja, also cool. Gefällt mir. Und auch mit dem schwarzen Boden. Auch von 99,99 diesen auch. Ja, sie sind auch so tolle Ersatzschuhe, sage ich immer. Ja, die sind halt einfach... Unproblematisch. Weil die passen zu allem. Das ist wirklich so. Ja. Und sie sind noch dazu super bequem. Absolut. Absolut. Aber wir müssen euch trotzdem noch eine Bluse kurz zeigen. Ja, genau. Das ist so toll. Das ist ein neiser Blusenklassiker. Aber ich finde, das fehlt immer. Auch dann in den Größen bis 48. Nicole präsentiert die. Das ist dann das Finale. Genau. Haben wir spontan das noch überlegt. Dass ihr die Bluse auch zeigen müsst. Ja, das muss sein, Herr Kameramann. Ja, los. Hallo. Hier sind wir wieder. Ja. Live on air. Ja. Mit einer tollen weißen Bluse. Die wirklich... Komm mal, Herr Kameramann, bitte. Guck mal, was die für eine tolle Lösung hier hat. Ja. Das ist so geshoppt. Ja. So kraft. Ja. Also das ist echt sehr cool. Ja. Gell? Finde ich auch. Das ist witzig. Ja. Echt gut. Ja. Eine Bluse von 49,99. Ja. Ein echter Knaller. Bauwohl Elastan. Also. Ja. Weiße Bluse und Jeanshose. Ja. Hat sie ja sowieso immer so klasse. Immer so. Aber pure Eleganz. Oder... Genau. Guck mal. Du hast ja auch das selbe Schmutz. Guck mal. Guck mal. Auch gut. Ich finde die Länge super. Ja. Geh über der Hingang. Richtig. Richtig. Schön. Und in Verbindung mit deinen Täschle, wo du hier dabei hast. Fassen Sie meine Schmutz. Genau. Leder. 69,99. Ganz toll auch. Also wirklich. Sehr schön. Hier eine Tasche. Hier noch außenarm eine Tasche. und innen natürlich auch noch Platz. Richtig. Platz für alles, was mir richtig ist. Guck mal. Schau so frechend, Nicole. Guck mal. Finde gut. Finde gut. Guck mal. Also. Wie hat das heute gefallen? Ich sage es so. Immer. Ah, oh. Da bin ich auch nicht so rein. Super. Ja. Also ihr seht, es gibt so richtig schöne, coole Outfits. auch bis Größe 48. Ja. Perfekt. Also wir haben sogar noch mehr da. Wir können euch da jetzt halt wieder die Spielfilmlänge am Sonntag leider nicht aufs Auto nehmen. Aber da ist ja ganz viel Neues von Zensi gekommen. Richtig. Also. Genau. Und wenn ihr da denn noch irgendwelche Fotos oder Bilder wollt, das ist auch kein Problem. Per WhatsApp oder E-Mail. Machen wir das jederzeit sehr, sehr gerne. Also. Wir sehen uns. Ja. Spätestens. Nächsten Sonntag wieder. Auf jeden Fall. Und dann. Küsschen an alle. Oder dicke Umarmung. Mua. 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 An euch. Danke Herr Kameramann. Bitte. Super gemacht. Ja. Alles klasse. Auch sehr. Hat sich heute sehr dezent im Hintergrund gehalten. Ja. Ja. Heute war er gut. Ja. Wahrscheinlich waren wir heute einfach perfekt. Ja. Genau. Oder? Absolut. Gut. Ich habe keinen Fehler gemacht. Super. Guck. Also. Also. Jetzt macht es gut. Wir nehmen jetzt Schwester Nicole und Schwester Christel nehmen jetzt mit unseren Kameramann mit. Ja. Genau. Gell? Also. Bis bald. Tschüss. Tschau. We Fashion You Up. Mode war gestern. Fashion ist heute. Fashion und Schuhe für Damen und Herren. Modehaus Rika in Süßen.